Musik Hey Leute, ich bin's Emma von Emma Maus Taschen Roblox und Co. Und Leute, heute baue ich nochmal ein Haus und wie ihr vielleicht wisst, ich liebe es Häuser zu bauen. Und heute versuche ich mal ein großes Haus zu bauen, so ein längliches, gebogenes. Ich habe auch sehr viel Geld im Moment, das finde ich sehr krass. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe, habe ich auch einen Large Plot. Das heißt, ich gucke einfach mal, wie groß wird, ich schätze. Ich werde das Haus insgesamt nicht zu groß machen. Ein bisschen Vorplatz lassen und hinten einen größeren Garten machen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.